Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen GTA 5 Online Klitsch Video und herzlich willkommen wie ihr euch in eine Wand bangen könnt wo ihr rausschießen könnt glaube ich und nicht getötet werden könnt das ist ein Gottnaut dafür braucht ihr eine Shotaro und begebt euch zu dieser Stelle hier und die Jobs aus Sona fahrt erfach rückwärts rein das ist sehr glücklich und es geht auch nur ein leider mit der Shotaro also dieses Motorrad von Tron oder Deadline schon sind wir hier drin doch nicht rausballern wohl warte ich nehme mal eine Pistole doch hier heraus können wir ballern und sind auch wiederum umüber und wenn wir rausgehen bleibt das Motorrad auch in der Wand stecken und man kann sich nie wieder einstellen drückt hier rein klatschen ich zeige euch nochmal die Location auf der Karte diesmal ohne Jobs ja gut dann würde ich mal sagen war es das erst mal wieder mit dem Video habt noch einen schönen Tag und ciao